Das ist doch die goldene Katze. Ja, ich kann sie auch nicht erschießen. Stimmt, das ist ein Affe. Katze, Affe, wo ist dein Unterschied? Ich drück mal auf den Skabierschuh. Aufsichtsschnurz. Der Hauptverflexor. Oh, dear. Truly a somber moment for the brigade here. Poor Veronica. Skip and skip skip skip. Oh, 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 oh. So, was müssen wir jetzt hier tun? Du siehst hier über der Tür, siehst du die... ... und in der Reihenfolge, wie das ist, läufst du einfach die Symbole ab. Okay. Siehst du jetzt noch einen Trank? Ja, sollte den keiner haben. Sollte den niemand nehmen, würde ich jetzt meinen nehmen, weil ich bin nur halb voll. Ja, ich bin auch nur halb voll. Da drin sind doch gleich eh nur mal welche. Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... Und damit geht die Tür zu. Soll ich hier mal noch den Stein aufmachen? Ja, das ist wert. Fällt doch nur zwei hier, weil es läuft ein fünf. Schade. Und nun? Komm, ist es nochmal? Hier ist es die nächste. Ich kenne ihn nicht. Ah, sehr gut. Das ging mit der Tür auf. Da ist die goldene Katze drin. Alter. Nice. Ja, diesmal kommen wir definitiv ein Greicher raus. Ja, diesmal kommen wir definitiv ein Greicher raus. Ja, ich würde die Katze gerne mitnehmen. Ja. Ja, äh, im Übrigen, die saß hier. Mhmm. Achtung. Am Eingang. Natürlich, jetzt hast du die Fehler. Vielleicht ist es sogar noch die Augen. Siehst du sie? Ja. Ja. Fancy. Das ist eine Grinsekatze. Jetzt schon. So, dann auf geht's. Auch wenn sie jetzt eigentlich gar nichts mehr zu künzen haben. Achtung, jetzt Jumpscare. Fünf, vier, drei, zwei, Bader Bonsai. Wuhuuu. Jetzt kann man gucken. Ich guck mal auf. Ich könnte mal gucken, uns da jetzt irgendwas war nicht, die hat reingeschlungen. Wir wissen nicht, die in die Mitte gehen, bevor wir nicht alle fertig sind. Oh, das ist nochmal so eine... Oh, fine. Ja, drei von vier. Ja, vier von vier, ich hab alle. Na verdammt, dann hab ich ja auch nicht gesehen. Was ist, was ist vier von vier? Es gibt noch so Tonküge-Dinge. Tonküge-Katzen. Ja, ja, wo ist die letzte jetzt? Ich weiß nicht, wo die letzte ist. Da oben saß auf jeden Fall eine. Wo oben? Da. Oder? Mhm. Es ist auf jeden Fall jetzt tot. Okay. Na dann. Aber da hab ich nur zwei von vier jetzt auch. Ja. Dex hat vier von vier, ich hab drei von vier. Also die sind offensichtlich... Jeder von jeden. Ja. Okay, ich glaub, ich bin soweit. Ich konnte die da oben mit Sonnet abschießen, also. Achso, nee, solltest du aber. Also bei mir ging's von hier unten auf. Ja. Nee, ich seh die nicht mal. Bei mir ist die nicht da. Gut, dann hast du die schon mal erschossen beim letzten Mal. Das ist möglich, ja, weil ich hab hier... Ja, ich hab hier schon eine, das beim letzten Mal. Dann hast du einfach irgendwo anders und dann noch ein paar, die du da schießen kannst. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gesagt will hab. Das sieht ja ziemlich gut aus, am Effekt her, in der Mitte. Ja, das kriegst du dann raus, wenn du einer schießt. Ja, beziehungsweise wenn das Level vorbei ist, da wird ja angezeigt was. Ja. So, warte mal. Ready to rumble. Ja. Wir gehen reich aus dem Zeug raus. Fast. Dann geh ich wieder in die Mitte. Nein, Blackie, wir haben das erste Mal auch schon überlebt. Also jetzt. Ja. So schwer war das so gar nicht. Das wäre wirklich gut, die das in der Hand gesparen. Im Übrigen, ne, wenn ihr in eurem Sichtfeld irgendwo eine Hand seht, dann ist in der Richtung, in eurer Nähe, ein Gegner. Hinter euch, neben euch, wo auch immer euch, ne? Hm. Okay. Jetzt hat er wieder den Druck mit dem Museum gemacht. Oh. Oh, weg! Ja, da habe ich die Hand zum ersten Mal gemerkt. Und dann hat mich der Gegner geschaffen. Hm? 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 Das ist es. Dann werden wir noch einen Trank. Ja. Die simple Quest, um den Harbin zu finden, zeigt ein totes Horror aus den alten Zeiten, erwischt und auf die Welt aufgewacht. Beide nicht, aber die Strang-Brigade ist auf dem Fall. Siehst du, er hat es wieder gesagt. Hm. Die Strang-Brigade. Die Strang-Brigade. Die Strang-Brigade. Oh, gut. Wie viel Geld hast du die Strang-Brigade hierher genommen? Oh, wow! Und Unterhartei genommen! Genau, die Kriege waren es. Drei von vier... Ja. Oh, Maxi, bei der Killshow ist 46 Meter. Nice. GZ. Scharfschütze. 170 Gewehrkills. Naja, ich habe ja auch nur mit dem Gewehr geschossen quasi. Ja, ich habe, glaube ich, tatsächlich einen Scharfschütze. Ja. So. Aber wir haben alle Relikte. Ich würde sagen, die Krüge ignorieren wir jetzt mal. Ja, ich habe gerade die Krüge. Nächste Mission. Ja. Ja, ich würde nur kurz mal Pause machen wollen. Ja, dann machen wir eine kurze Pause und sie sind gleich wieder da. Ich meine, eine schorte Pause und die Strang-Brigade ist gleich wieder da. Die Strang-Brigade. Die Strang-Brigade. Und das Geld vom letzten Mal zählt dazu. Das heißt, wenn wir die... Wuhu. Das heißt, wenn wir die irgendwann mal durchhaben wollen, müssen wir halt nur noch mal durchrennen und die Krüge sammeln oder so ähnlich bei der Mission. Aber das neue Relikset ist vollständig. Wow. Und ich habe jetzt vier mögliche Amulette. Also nicht, dass ich eins davon irgendwie sonst irgendwas machen könnte, aber egal. Na, bei mir sind noch zwei gesperrt. Ach, ich kann es kaufen. Mit einem Fähigkeitspunkt, ja. Also ich habe jetzt vier Amulette. Eins davon habe ich gekauft. Ich habe... Also zwei sind bei mir ausgeübt. Ich muss nur zwei kaufen. Und ich kann mit dem Geld den ganzen anderen Quatsch kaufen. Also, die Waffen theoretisch, wenn ich da irgendwann mal die Möglichkeit hätte. Die Katzen-Maschinen-Pistole. Aha. Lass dich nicht von der kleinen Größe täuschen. Die Katzen ist ein Maschinen-Verdichter. Oder der Westley-Revolver. Ich würde ja dann tatsächlich eher... Das Ding nicht... Okay. Die Eastlight Express. Dies ist der kürzere und aggressivere Cousin der Modell 14. Eastlight Express ist noch tödlicher im Nahkampf, hat aber eine peinliche Reichweite. Ja, die wunderbare Shotgun. Wieso hat das Ding bitte? Ein Schuss von 42. Die Slam-File. Ach, das ist auch eine Shotgun. Ja, das macht Sinn. Ich würde gerne das Ding upgraden. Aber das muss noch entdeckt werden. Ja, gut. Ich könnte mir eine Mine kaufen. Stell sie mein Gebiet herum auf, um die Mumien fernzuhalten. Silber- oder Gold-Mine? Ura. Natürlich das gute alte Ura. Das macht besonders viel Bums. Bimitada. Bimitada. Aber wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Ihr, die mitspielt und ihr, die zuschaut. Gut so weit. Ist ganz lustig. Wenn wir mal ein bisschen drinnen sind. Jo. So, ich bin wieder da. Bibi. Dann auf zur nächsten Mission. Ja. Oder willst du deine Ausrüstung noch ändern? Nö, nö. Ich bin mit meinem Scharfschützengewehr ganz zufrieden. Na dann, perfekt. Mit meinem Scharfschützen-One-Shot-Ding. Was für ein Ding hast du eigentlich? Wobei, vielleicht schau ich mal, was ich an anderen Granaten nutzen kann. Zu spannend. Und das bleibt nichts mehr. Ich hab die... Oh. Naja, egal. Too late. Too late. SCHM character. Stealth. postpone dei weg. rozpELLfst weren隊. Ich bin großartig.